Vielleicht kann das auch dir helfen, der Fjord. Der Fjord! Du, ich hab ja mal eine Hypnose gelernt. In Norwegen. Dadurch brauchst du den Ort des Begehrens gar nicht zu suchen. Der hat mir überhaupt keine Erfahrung gemacht. Ich weiß noch, das war in Norwegen. Da stand ich vor meinem Verstorbenen. Da saß ich und dann bin ich geflogen. Das Licht am Ende des Tunnels. Und ganz leicht und hoch fliegen. Da ist alles. Und immer schneller, immer schneller. Ich war ganz leicht. Ich hab mich schnell streichen mit Frauen und Frauen. Und ich wusste ganz genau, das ist nicht lecker, die sind nicht schön. Ich bin eine kleine Pilote. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Sie werden sie schief. Vielen Dank.